Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von IT-Tweak. In dieser Anleitung möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie CAP-Dateien installieren können. Das geht nämlich leider nicht einfach so mit einem Doppelklick, denn sonst öffnet sich einfach nur das Archiv und wir sehen die einzelnen Dateien im Archiv, aber können damit nicht wirklich was anfangen. Deswegen müssen wir das Ganze mit einem Befehl umsetzen. Den habe ich hier schon vorbereitet und diesen Befehl fügen wir jetzt einmal in der PowerShell ein und ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie dafür vorgehen müssen. Als erstes hier unten mit einem Rechtsklick auf das Windows-Symbol und dann die PowerShell hier als Administrator öffnen. Den Warnhinweis bestätigen wir mit Ja. Jetzt brauchen wir den Befehl, den einmal markieren, dann mit STRG-C kopieren. Dann wechseln wir in die PowerShell und mit STRG-V können wir den Befehl hier einfügen. Damit der Befehl die CAP-Datei auch ausführen kann, brauchen wir hinter unter Package Path den zugehörigen Pfad und den können wir uns mit einem kleinen Trick einfach hier raus kopieren. Wir könnten das zwar auch alles händisch eingeben, aber bei CAP-Dateien mit langem Namen dauert das natürlich dementsprechend länger und hier können Sie sich mit einem kleinen Trick etwas Zeit sparen. Sie klicken die gewünschte Datei mit der rechten Maustaste an, halten dabei aber noch die Shift-Taste gedrückt. Das machen wir jetzt mal. Shift und rechte Maustaste. Dann erhalten wir eine Zusatzoption, als Pfad kopieren. Das Ganze klicken wir einmal an, wechseln in die PowerShell und jetzt können wir mit der Tastenkombination STRG-V das Ganze hier wieder einfügen. EBA ist noch darauf zu achten, dass die Anführungszeichen hier nicht in den Befehl mit aufgenommen werden. Diese können wir einfach mit der Entfernen-Taste hier rausnehmen. Mit den Pfeiltasten links und rechts können wir zwischen den einzelnen Buchstaben hin und her switchen und hier am Anfang das Anführungszeichen noch entfernen. Sollte es vorkommen, dass hier am Anfang Leerzeichen eingefügt wurden, diese bitte auch rausnehmen zwischen dem Package Pass Doppelpunkt und dem eigentlichen Pfad, der mit C Doppelpunkt hier anfängt, darf kein Leerzeichen sein. Genau das gleiche gilt für die Cap-Datei. Hier darf kein Leerzeichen in dem Dateinamen enthalten sein, genauso Sonderzeichen sind hier nicht erlaubt. Sollte dies der Fall sein, bitte vorher einmal die Sonderzeichen herausnehmen und auch die Leerzeichen entfernen und die Cap-Datei ohne Leerzeichen und Sonderzeichen hier rein kopieren. Und so können Sie beliebige Cap-Dateien einfach installieren, wie zum Beispiel hier bei den Windows-Updates mit den KB-Dateien. Diese kommen meistens als Cap-Datei. Damit sind wir am Ende angelangt. Wenn Ihnen die Anleitung gefallen oder geholfen hat, dann einmal den Daumen nach oben anklicken. Sie können IT-Tweak auch unterstützen, indem Sie den Kanal hier einfach abonnieren. Suchen Sie auch gerne die Internetseite IT-Tweak.de. Dort finden Sie weitere Anleitungen aus dem gesamten IT-Bereich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Video.